Schön bei euch zu sein, danke für die Einladung. Ich habe dem Christoph vorgeschlagen, ich durfte mir eine Predigt aussuchen, Predigtthema, die Sehnsucht nach Frieden, das Schalom-Projekt Gottes. Die Sehnsucht nach Frieden, das Schalom-Projekt Gottes. Wobei man sich ja manchmal wirklich fragt, ist die Sehnsucht des Menschen wirklich die nach Frieden? Ist das wirklich so die Kernseelsucht? Als ich letztes Jahr hier war, da wurde ich gefragt, was mir aufgefallen ist. Ich bin hier spazieren gegangen und überall sind HSV-Sprays-Logos. Vorhin bin ich nochmal um die Gegend gegangen und dann steht da natürlich nicht nur HSV, sondern da steht natürlich gleich daneben auch gleich Scheiß St. Pauli. Und ich finde das sprechend und relativ typisch, dass es ganz, ganz, ganz schnell uns passiert, dass wir mit dem, wofür wir eigentlich sind, was wir eigentlich sagen wollen, uns auch eine Abgrenzung überlegen und wer ist der Feind, wer ist der Gegner. Und manchmal fragst du dich, welche Sehnsucht ist größer, die des Identifizierens mit einer Sache oder die des Abgrenzens? Was ich in den zwei Jahren Corona von Christen für E-Mails gekriegt habe, die über den Staat geschimpft haben, die über, ich weiß nicht, was alles geschimpft haben. Also viel mehr Abgrenzung und die böse Welt und jetzt wieder und das Berliner Stadtschloss und die sind alle nicht mehr gläubig in Berlin und weiß ich was und dann wird in Münster das Kreuz abgehängt und das ist immer das Feindbild, das bedient wird. Viel, viel mehr als dieser Satz danach, wie kann ich segnen, wie kann ich Frieden stiften, wie kann ich aktiv was einbringen. Es ist schon verrückt. Manchmal fragst du dich, ist die Sehnsucht nach Krieg, nach Abgrenzung, nach Streit fast größer? Ich hoffe nicht. Ich denke auch nicht. Wir merken, dass wenn in der Adventszeit die Kerzen angezündet werden, wenn in der Adventszeit man besinnlich wird, dann merkt man plötzlich, dass diese Sehnsucht nach Frieden, nach Familie, nach Heimat, nach Werten da ist. Aber in der Praxis, im Alltag hat man das Gefühl, dass die schlechte Nachricht viel mehr Raum hat als die gute Nachricht. Dass die abgrenzende Nachricht viel mehr Raum hat als die einladende Nachricht. Dass auch in Gemeinden die Diskussion, wo unsere Grenze ist, wo wir nicht mehr mitgehen können, viel mehr Raum einnimmt, als die Frage danach, wie erreiche ich Menschen mit dem Evangelium, die es überhaupt nicht kennen. Sehr häufig passiert das. Wenn wir vom biblischen Frieden reden, wenn wir von dem reden, was in der Bibel Frieden bedeutet, was die Antwort ist, wir sagen, Gott ist Sehnsucht, dann landen wir ganz schnell bei dem Wort Schalom. Und Schalom, das könnte man ganz einfach übersetzen, Schalom ist nicht die Abwesenheit von Gewalt und von Waffen, von Feinden, sondern Schalom ist die Anwesenheit Gottes. Schalom ist die Anwesenheit Gottes. Das Bild, das Jesus dafür gebraucht, von dem er immer wieder redet, ist die Botschaft vom Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes in der Bereich, in dem sozusagen die Herrschaft Gottes anbricht, das eigentliche Friedensreich ist mitten unter uns. Es bricht an. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, manchmal ist es das auch und das ist schon schön so, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede ist ein Begriffspaar, schon im Psalm lesen wir, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Die sind ein Paar, die gehören zusammen. Das ist ganz viel. Also Gerechtigkeit, Friede, Freude durch den Heiligen Geist hervorgerufen. Also da, wo Gott wohnt, da passiert Gerechtigkeit, da entsteht Friede. Und wenn wir über Sehnsucht nach Frieden reden, dann heißt das, die Frage ist, wie kriegen wir Gott in diese Gesellschaft transportiert? Wie geht das? Am vergangenen Donnerstag hatte ich die Ehre, in Berlin wurden Wohlfahrtsmarken, jedes Jahr werden ja Wohlfahrtsmarken gedruckt. Kennt ihr, ne? 85 und dann 40 noch dazu, zahlt man freiwillig. Und eine Wohlfahrtsmarke, jedes Jahr kommt im Advent, die kommt den Kirchen zugute. Da ist dann so ein Engel drauf, die Weihnachtsbotschaft wird verkündet. Und die wird immer präsentiert vom Finanzminister. Dieses Mal zum ersten Mal von Christian Lindner. Und ich hatte die Ehre von, aus seiner Hand eine solche Wohlfahrtsmarke, ich war da eingeladen als Gast von der EKD, und so eine Wohlfahrtsmarke geschenkt bekommen. Fühlt sich gut an, wenn der Lindner dir die Hand gibt. Man hat dummerweise kein Foto gemacht. In unserer Zeit, kein Foto, das hat ja gar nicht stattgefunden. Eigentlich darf ich gar nicht darüber reden. Was wollte ich aber eigentlich sagen? Der Lindner kam, hatte nur eine halbe Stunde, musste dann ganz dringend wieder weg. Und als er so sein ganzes Zeremonial fertig hatte, kamen ein paar von den Herrenhutern. Weil auf der aktuellen, es gibt auch eine Wohlfahrtsmünze, ist ein Herrenhuter-Stern drauf. Und dann war eine ganze Delegation von den Herrenhutern gekommen und die stürmten nach vorne und gaben dem Lindner dann noch einen Stern. Haben sie zu Hause schon einen Stern für ihre Weihnachtsdekoration? Und erzählten dem von der Geschichte. Und dann sah man, wie der Lindner sein Handy zückte, hat irgendwen angerufen, hat wahrscheinlich den nächsten Termin abgesagt. Er ist einfach nochmal eine Dreiviertelstunde geblieben. Warum ist der geblieben? Weil da waren Christen, die ihm in dieser ganzen Hektik, in dieser ganzen Zeit, wo es darum geht, wie kommen wir mit einer Gaspreisbremse zurück, wie machen wir trotzdem einigermaßen ausgeglichenen Haushalt, wie machen wir Steuererleichterungen, wie setzen wir das Bürgergeld um. In dieser ganzen Phase kommt der und muss was weitergeben und kriegt jetzt plötzlich was geschenkt und kriegt mit dem Stern eine Geschichte geschenkt und es sind Leute da, die ihn anstrahlen und da sind und plötzlich sagt er, den nächsten Termin haben. Da haben Christen etwas erzeugt und das Ganze fand übrigens statt bei der Berliner Stadtmission. Nebendran waren gerade die Tafeln mit Obdachlosen, die konnte man bis zu uns und unserer Veranstaltung reinriechen. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Schalom redet, von Gerechtigkeit, von Reich Gottes. Hineinreichen, in dieser Zeit plötzlich einen Unterschied machen, anders sein. Menschen erreichen, Räume schaffen, Zuflucht geben. Das kann der Stall sein, das kann die Krippe sein, das kann aber so viel anderes mehr sein. Friede heißt, Anwesenheitsorte Gottes schaffen. Und dann geht da wirklich eine Sehnsucht los. Dann merkst du, dieser Finanzminister, der mit 18 aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, jetzt auf Sylt evangelisch geheiratet hat und dann von den Herren unter den Sternen kriegt. Hey, Gott ist mit dem unterwegs. Ganz spannend. Und so wie Gott mit einem Finanzminister unterwegs ist, ist er eben mit unterschiedlichen Menschen unterwegs. Und unser Punkt ist die Frage immer wieder, wo schaffe ich dabei Räume? Was geht? Also, Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist die Anwesenheit Gottes. Also ist das Gegenstück von Friede die Abwesenheit Gottes. Krieg entsteht nicht erst, wenn Menschen mit Waffen aufeinander losgehen, sondern Krieg entsteht durch diesen brutalen Riss, der mitten durch die Welt geht. Wir Christen nennen den Sünde. Dieser brutale Riss, der mitten durch die Welt geht. Ich habe den gespürt in den 80er Jahren. Die letzte Generation spürt den in den 2020er Jahren. Kranke Menschen spüren den. Unter Corona-Bedingungen Vereinsamte haben diesen Riss gespürt. Die Kids, die in der Schule noch nicht in das normale Tempo wieder reingekommen sind, weil sie gar nicht genau wissen, wie man miteinander umgeht, die spüren diesen Riss ganz praktisch. Die nennen den nicht Sünde, aber die spüren den. Die spüren den. Die Menschen, bei denen der ukrainische Weizen nicht mehr ankommt, unter anderem in Afghanistan, wo wir damit rechnen müssen, dass bis zum Jahresende eine Million Menschen verhungert. Die Menschen im Jemen, die spüren diesen Riss, der quer durch die Welt geht. Und derjenige, der sich um eine ehrliche Ehe bemüht, ist aber nicht hinkriegt und scheitert, der spürt diesen Riss, der durch die Welt geht. Und wenn ich das Angebot Gottes suche, dann muss ich verstehen, dass Sünde nicht einfach bedeutet, ich bin ein schlechter Mensch oder das, was ich in der Kirche gesagt kriege, was ich nicht tun oder lassen darf, sondern ich muss verstehen, dass durch diese Welt wirklich ein Riss geht. Und dass dieser Riss so stark ist, dass wir in Römer 8 liegen, die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung seufzt mit uns nach Erlösung. Die Schöpfungsgemeinschaft sehnt sich gemeinsam nach Gott, aber da ist ein Riss drin. Und wenn wir diesen Riss nicht kitten, kriegen wir keine bessere Welt. In meiner Gemeinde in Gera ist eine Frau, die ist jetzt weggezogen, Künstlerin, ganz, ganz tolle Frau, die ist zu DDR-Zeiten in einem ganz stramm, atheistisch, sozialistischen Elternhaus aufgewachsen. Die Eltern, ganz starke Genossen, sie, Parteischule und so, und war richtig überzeugte Kommunistin. Hat aber immer eine Frage gehabt, hat gesagt, warum, wenn wir doch alle nur das Gute wollen, warum wird es dann immer schlechter? Und dann hat sie Christen getroffen und sie fand vieles bei denen total bla bla. Und sie sagt, das Einzige, was sie wirklich überzeugt ist, ist, als die Christen von Sünde gesprochen haben, weil sie sagte, da hat sie zum ersten Mal verstanden, dass es eine Erklärung dafür gibt, warum diese Welt so ist, wie sie ist. und warum es der Kommunismus nicht schafft, die Welt besser zu machen. Weil das Strukturproblem nicht benannt wurde. Das Strukturproblem des Einzelnen, das Strukturproblem des Miteinanders und auch der ganzen Gesellschaft, dass ein Riss durchgeht. Wenn wir Advent feiern und daran denken, dass Jesus gekommen ist, dann müssen wir sagen, warum ist der denn gekommen? Warum hat er sich denn nicht gemütlich gemacht beim Vater im Himmel, sich eine herrenhuter Stern aufgehängt, eine Kerze angezündet und Stollen gegessen? Warum kommt er runter? Warum geht er ans Kreuz? Warum lässt er sich annageln? Warum lässt er sich auspeitschen, verspotten? Warum macht er das denn, wenn er das nicht machen müsste? Weil es so dringend ist, weil es so nötig ist, weil es so wichtig ist. Und das haben wir wieder und wieder gehört. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die kennen wir als Christen in- und auswendig. Aber im Kern zu begreifen, das ist der Kern von allem. Es ist nicht nur die Frage von einer guten Politik und von einer netten Erziehung und von einem schönen Miteinander und einer guten Ausbildung, sondern der Kern von allem ist, es geht ein Riss durch dieser Welt. Und dieser Riss führt zur Abwesenheit Gottes und da, wo Gott abwesend ist, wird es gefährlich. Wo ich Gott hineingeheimnisse, obwohl er eigentlich gar nicht da ist und in seinem Namen dann sogar noch die Waffen segne, da wird es noch gefährlicher. Und die Antwort darauf ist eben Friede. Die Antwort ist, dass das Reich Gottes anbricht, dass Gott kommt. Advent kann uns daran erinnern, Gott kommt. Gott überbrückt diese Trennung. Gott überbrückt dieses Loch. Gott überbrückt die Sünde. Mit Jesus kann Frieden sein. Und dieser Frieden hat dann Auswirkungen. Und die Auswirkungen, wenn jemand Frieden findet, beginnt ganz persönlich. Ganz persönlich. Friede fängt immer in meinem eigenen Herzen an. Ich kann mit Hass im Herzen nicht Frieden stiften. Es war so bewegend, dass wir jetzt unter Tränen in der Ukraine gesagt haben, was sollen wir denn aber machen? Angriffskrieg, wir sind Opfer. Sollen wir unsere Familien nicht verteidigen? Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn tun? Wie sieht das denn aus? Es ist aber ein Riesenunterschied, ob du kämpfen gehst, weil du dein Land verteidigst, deine Kinder verteidigst oder weil du möglichst viele Russen töten willst, weil du sie hast. Das ist ein Unterschied. Und diese Frage fängt in deinem eigenen Herzen an. Ganz persönlich. Was ist mein Motiv? Was zieht mich? Was bringt mich? Und Gottes Idee ist, dass wir persönlich Frieden finden in unserem eigenen Herzen. Dass wir Frieden finden. Dass wir Gnade finden. Dass wir Vergebung finden. Als ich 86 Christ geworden bin, war eine der für mich unaussprechlichsten Erfahrungen. Ich war suchtkrank, bin frei geworden, all diese Geschichten. Aber die eigentliche Erfahrung war, dass ich in meinem Herzen gespürt habe, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre. Ich habe das entdeckt, wonach ich mich all die Zeit lang gesehnt habe. Ich habe dem nur andere Namen gegeben. Ich bin da angekommen. Augustinus hat das schon formuliert. Es sehnt sich des Menschenherz, mein Gott, bis es Ruhe findet in dir. Es sehnt sich des Menschenherz, bis es Ruhe findet, mein Gott, in dir. Also Frieden fängt da an, wo ein Mensch in seinem Herzen Frieden findet mit Gott. Wo er weiß, Gott ist nicht der Böse, ist nicht der Richter, ist nicht der, der mir nur zuschaut und der darauf achtet, dass ich Fehler mache, sondern der sich auf den Weg gemacht hat, die Sünde, die Brücke, diesen Graben zu überbrücken, zu mir zu kommen, mich zu suchen, mich zu finden, mir zu vergeben. Gott ist gnädig. Gott meint es gut. Wenn Gott nicht gut wäre, wäre Jesus nicht gekommen. Und zu wem ist er gekommen? Zu Zöllnern, zu Sündern, zu Aussätzigen, zu Frauen, die nichts wert waren in der Zeit, zu Ausländern, zu denen gekommen, die ihn wirklich nötig hatten. Und bis heute ist der Punkt. Jesus kommt, wenn wir wissen, dass wir ihn nötig haben. Danke, dass du mich bescheiden genannt hast. Ja, ich bin stolz genug, mich darüber zu freuen. Aber Bescheidenheit heißt ja im Kern verstanden zu haben, das, was ich bin, verdanke ich Gott. Das ist eigentlich Bescheidenheit. Bescheidenheit heißt nichts, klein von sich zu denken, sondern jemand hat das mal so schön gesagt, Demut heißt ein angemessenes Verhältnis zu den Dingen zu haben. Demut heißt ein angemessenes Verhältnis zu den Dingen zu haben. Und ein angemessenes Verhältnis zu mir selbst zu haben, heißt stolz auf das zu sein, was ich bin und gleichzeitig zu wissen, wie viel davon ich meinem Gott verdanke. Weil er mich geschaffen hat, wie viel ich meinen Eltern verdanke, wie viel ich den Umständen verdanke, dem Umstand, dass ich in Deutschland leben kann und jetzt nicht gerade in der Ukraine bin. Ja, hat ganz viel damit zu tun. Und ein angemessenes Verhältnis zu haben. Und auch gleichzeitig hat es damit zu tun, zu wissen, und wenn ich in diesem ganzen Fehler mache, bin ich trotzdem getragen, bin ich trotzdem aufgehoben. Das, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Kinder eine Fünf schreiben, dann gehen wir mit ihnen Eis essen. Das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz Gottes. Und es ist schwer, es ist schwer, mit den eigenen Fehlern umzugehen. Ich habe meinem Bruder dazu überredet, seinen ersten Joint zu rauchen, weil er noch Geld hatte und ich dachte, dann kann er den nächsten Joint bezahlen. Der hat eine Drogenkarriere gestartet und ich habe ihn zum ersten Joint überredet. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mit meiner Schuld umgehen musste, hieß das, ich gehe ja nicht nur damit um, dass ich einmal was Böses getan habe, sondern die Auswirkungen, die waren ja nicht mehr einzufangen. Und das ist nicht so leicht, damit versöhnt zu sein. Jemand getroffen, der sagte, ja, Schuldvergebung ist gut, aber, weißt du, ich bin schuldig geschieden, ich habe meine Frau verdroschen und meine Kinder vernachlässigt, ich habe gesoffen, jetzt bin ich Christ geworden, aber weißt du, was das für Katastrophe, Konsequenzen hatte für meine Frau und für meine Kinder? Wo werde ich das denn los? Wie komme ich denn damit klar? Also, versöhnt zu sein, Frieden zu finden, hat auch ganz viel damit zu tun, zu sagen, boah, das, was ich niemals wieder gut machen kann, hat Gott trotzdem getragen. Gott hat es trotzdem getragen. Und ich sage zu meiner eigenen Schuld, ja, nicht im Sinne von, ich pätuiere sie, ich wiederhole sie, sondern ich bekenne mich zu meiner Schuld. zumindest im großen politischen Bereich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns Deutsche, für den Segen, der in unserer Nation liegt, trotz des Holocaust, trotz des Zweiten Weltkriegs, dass wir diese Schuld auch zugeben, dass wir eben ein Mahnmal der Schande, ich zitiere jetzt Björn Höcke, mit Absicht in Berlin haben und das nicht irgendwann vergessen. Die Russen haben den Stalinismus nie aufgearbeitet. Sondern dieses dazu sich bekennen, wo wir schuldig geworden sind, so schwer das ist, so beschämend das ist, öffnet einen Neuanfang. Wer Frieden will, kann seine Schuld nicht unter den Deckel drücken, sondern muss sagen, ich brauche Gottes Gnade und Vergebung. Mit Gott Frieden finden, heißt auch versöhnt zu sein mit der eigenen Schuld und deswegen in einer guten Weise demütig zu sein, weil ich weiß, das könnte ich doch nicht selber. Dass Gott das getragen hat, ist eigentlich unglaublich. Und manch Stolzer ist zu stolz, genau das anzunehmen. Ich würde ja Gott folgen, aber das akzeptiere ich nicht, dass ein anderer meine Schuld trägt. Das ist aber eine Grundvoraussetzung. Frieden zu finden, heißt auch mit den eigenen Schwächen umzugehen. Heißt zu akzeptieren, dass ich mal mehr und mal weniger kann. Also für mich, nach meinem Herzinfarkt, gibt es ein richtiges Vorher-Nachher. Da ist ein Leistungsunterschied, den kann man messen. Meine Schweizer Frau aus dem Bergener Oberland genießt das geradezu. Ja, jetzt habe ich endlich ihr Tempo beim Sprechen. Sie findet das geradezu attraktiv, dass jetzt alles ein bisschen langsamer geworden ist. Aber wenn du selber mal ganz viel konntest und plötzlich nicht mehr kannst, das fühlt sich sehr komisch an. Sehr, sehr komisch. Ich habe mal Bezirksliga-Fußball gespielt, bin dann suchtkrank geworden und dann nach drei Jahren eine Therapie gemacht und in der Therapie wurde Fußball gespielt. Und ich bin da losgerannt. Und dann zu merken, dass der Mensch, der du mal warst und der, der du bist, nicht identisch sind, dass in meinem Kopf einer spielt, der auf dem Rasen, aber drei Sekunden langsamer ist, auf 50 Meter, fühlt sich merkwürdig an. Ist aber eine Lebenserfahrung. Dass irgendwann die Kräfte gehen, dass man unkonzentrierter wird, dass Dinge nachlassen, dass man nicht alles gleichzeitig kann, dass man eigentlich liebevoll zu seinen Kindern sein möchte und dann aber noch in der Ehe funktioniert, dann auch noch im Beruf funktionieren und dann will der Mann noch Sex und alles soll funktionieren und dann sollst du auch noch strahlen im Gottesdienst. Ja, super. Wie kriegst du das alles auf die Reihe? Und dann zu akzeptieren, ich kriege es gar nicht auf die Reihe. Hier Gott, hier stehe ich vor dir. Kannst du mich irgendwie damit versöhnen, dass ich das, so wie es ist, einigermaßen hinkriege, weil eigentlich schaffe ich es nicht. Frieden finden heißt ehrlich werden. Mit der eigenen Schuld, mit den eigenen Grenzen, mit den Veränderungen. Zu sagen, Gott, danke, dass du das mit mir teilst. Dass du mich nicht rauswirfst. Dass du mich magst, auch mit weniger Status, mit weniger Leistungsfähigkeit, mit Grenzen, mit Prioritäten setzen, mit dem, dass ich nicht allen gerecht werden kann. Danke, dass du trotzdem da bist. Das heißt Frieden finden. Frieden finden heißt auch, Frieden finden mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Eltern, mit der eigenen Prägung. Mein Vater war Alkoholiker und was ich von ihm so verbinde, mit ihm verbinde, das war nichts Tolles. Und dann kommst du zum Glauben und liest in deiner Bibel, sollst Vater und Mutter ehren. Ja und jetzt ehre mal ein Arschloch. Das ist nicht so einfach. Aber dann dahin zu kommen, zu sagen, ich will das aber, weil ich Gott gehorchen möchte. Und was bedeutet das? Und dann irgendwann zu sagen, okay, ich kann auf jeden Fall dankbar sein, dass es mich gibt, weil ohne diesen Menschen wäre ich nicht auf der Welt. Egal, was alles Schlechte passiert ist, dieser Fakt gilt. Und allein dafür kann ich ihn schon ehren. Und das war mein Ankerpunkt, um Dinge zu entdecken, die da eben doch nicht nur schlecht waren. Und zu vergeben, was schlecht war. Und zu sagen, obwohl so viel es schlecht war, hat Gott es trotzdem gut gemeint. Wie Josef. Sie gedachten, es schlecht mit mir zu machen, aber du hast es gut gemacht. Aber der Ankerpunkt war zu sagen, weil Gott das möchte, will ich mich dem stellen. Und ich finde diesen einen Ankerpunkt, zu sagen, das Mindeste, wofür ich dankbar sein kann, ich brauche nur meine Kinder anzugucken. Es gäbe meine Kinder nicht, wenn nicht mein Vater gewesen wäre. Boah, ist gar nicht so leicht. Ist aber zentral, zum Frieden finden. Mit der eigenen Geschichte, der eigenen Familie. Der eine muss Frieden finden damit, dass er so ganz ohne Gott aufgewachsen ist. Der andere muss Frieden damit finden, dass er sein ganzes Leben lang irgendwie nur Bibelferse eingeatmet hat und das Gefühl hatte, boah, gibt es irgendwie auch eine frische Brise oder gibt es nur diesen frommen Dunst. Auch damit musst du Frieden finden. Ich habe mich manchmal gefragt, was ist leichter für mich, so mit so einer völligen Schwarz-Weiß-Geschichte oder für meine Frau, die manchmal sagt, sie sei im Kindergartenwagen in die Gemeinde schon geschoben worden, wo sie schon neun Monate unterschlägt. Die war schon vorher mit dabei. Also immer nur und aufgewachsen in einer Frömmigkeit, wo dann auch, bist du schon wirklich bekehrt und ernst mit Jesus. Ich weiß gar nicht, wie oft die bei Evangelisationen dann nach vorne gelaufen ist und wieder unter Tränen ihr Leben neu Jesus gegeben und aber eigentlich einen riesen Schiss vor diesem Gott hatte. Also nicht aus Begeisterung für Jesus, sondern boah, wenn du das nicht irgendwann auf die Reihe kriegst, dann bist du in der Hölle. Und sich damit zu versöhnen, dass das Ganze, was dir so viel Angst gemacht hat, trotzdem gut war, ist auch manchmal nicht so leicht. Friede fängt aber genau da an. Friede mit Gott fängt genau da an, wo mein Herz steht. Und ich sage, Gott, hilf mir doch, schenk mir doch Frieden über meiner Schuld, über meinen Grenzen, über meiner Geschichte. Schenk mir Frieden auch mit dem, wie ich bin, wie ich in meiner Persönlichkeit bin, mit meinem Charakter. Der Bescheidene, der Stille, der wäre gern lauter, der Laute wäre gern stiller, der Große wäre gern kleiner, der Kleine wäre gern größer. Und dann lassen wir uns auch noch von Instagram oder sonst wem vorschreiben, wie eine hübsche Frau auszusehen hat oder sonst was. Und messen uns da dran. Und es macht krank, es macht kaputt. Und dann wird uns noch gesagt, dass jeder seine Identität selbst erfinden muss. Ja, ich will jetzt hier nicht auf die Genderleute schimpfen, aber was das mit dir macht, wenn du nicht mehr weißt, wer du sein kannst und darfst und bist. Und das Gegenstück Gottes zu sagen, ich finde Frieden darin, ein Mann zu sein. Ich finde Frieden darin, eine Frau zu sein. Das macht stark und nicht schwach. Ich finde Frieden darin, genau diese Frau zu sein und genau dieser Mann zu sein und genau dieses Gewicht zu haben und genau diese Oberweite zu haben oder nicht zu haben. Genau darin finde ich Frieden, weil es gut ist, dass ich so bin, wie ich bin. Inklusive der Veränderungen. Ich finde darin Frieden. Frieden fängt an, indem ich mich, mein Leben, meine Geschichte, meine Stärken, meine Persönlichkeit, meine körperlichen Merkmale, meine Begabungen, meine Grenzen, indem ich zu denen Ja sagen kann. Und wie kann ich das, wenn ich weiß, dass dahinter ein liebevoller Vater steckt, der genau das gut findet? Gestern, bevor ich losgefahren bin, war ich mit meiner Tochter und unserem Hund spazieren und irgendwie kamen wir auf dieses Wer ist wann etwas Besonderes? Dann sage ich, Livi, du bist was ganz Besonderes. Dann sagt sie, das sagen doch wahrscheinlich acht Milliarden Leuten, sagen das ihre Väter. Du bist was ganz Besonderes. Dann ist es doch nichts Besonderes, wenn alle was Besonderes sind. Sag ich, ja ist das so? Oder ist das genau andersrum? Wäre das nicht schön? Wenn jeder von seinem Papa gesagt kriegen würde, du bist was Besonderes? Und wäre das nicht schön, wenn jeder Papa über seine Tochter denken würde, die ist wirklich was Besonderes und dass die noch gekommen ist, wäre die Welt dann blöder oder wäre die besser? Eigentlich hast du recht. Und man merkt so plötzlich, man muss es gar nicht relativieren. Sondern es reicht ja, wenn ich diese Zusage kriege. Und damit sind wir bei dem zweiten Gedanken. Frieden mit Gott schließt den Frieden mit dem Nächsten ein, weil ich nämlich wissen kann und zutrauen kann, dass dieser Nächste neben mir genau den gleichen Frieden zugesagt kriegt von Gott. Dass er genauso ein Geschöpf Gottes ist. Dass er genauso eine Idee Gottes ist. Dass er genauso eine Begabung Gottes ist. Dass er genauso aber Opfer von Umständen ist. Dass er genauso schuldig werden kann. dass genau das Gleiche da ist. Dass genau die gleichen Abgründe da sind. Dass genau die gleichen Fehlermöglichkeiten da sind. Aber genau die gleichen Stärken und genau die gleichen Potenziale. Frieden beginnt, wenn ich das, was ich in mir und meinem Herzen entdeckt habe, genauso auf den anderen übertrage. Und denke, der ist genauso Mensch wie ich, genauso vor Gott. Und wenn ich nur voller Hass auf Putin blicke, dann habe ich vielleicht noch nicht begriffen, dass in meinem Herzen auch einer steckt. Das rechtfertigt nichts. Versteht mich nicht falsch. Gar nichts. Aber wir neigen dazu zu sortieren. Das sind die Guten und das sind die Schlechten. Und wir sind schnell die Guten. Einerseits lehnen wir uns selber ab, andererseits finden wir keine Frieden und gleichzeitig sind wir aber die Guten. Wir sind die moralisch Besseren. Und dann überhebt man sich über die anderen. Über deren Frömmigkeit, über deren politische Gesinnung, über deren Absichten, über deren Gewinnstreben, über deren Erfolg im Beruf, über deren Erfolg in der Gemeinde. Warum steht der immer auf der Bühne und ich nicht? Warum kriegen das Lob immer die Lobpreiser und nicht die Kaffeekocher und so weiter? Das ist doch so. Also falls ihr das nicht kennt, Gott. Es wird auch nicht besser dadurch, dass man es umdreht, dass man nur die Kaffeekocher lobt und nicht die Lobpreiser. Das Strukturprinzip ist das gleiche. was dahinter steckt. Und Frieden zu meinem Nächsten passiert, wenn ich weiß, dass der andere genau wie ich ein Geschöpf Gottes ist und zwar mit genau dem gleichen Versöhnungsbedarf in seinem Herzen, dass durch sein Herz der gleiche Riss geht. Und übrigens für Partnerschaften ist total wichtig, dass wir wissen, dass das dem anderen nur Gott stehlen kann und nicht ich und nicht du mir. Es gibt nichts Überfordernderes, als wenn ich meine, dass ich dadurch heile werden kann, dass du mir alles das gibst, was in meinem Herzen fehlt. Das wird jede Beziehung überfordern. Wenn wir aber gemeinsam vor Gott stehen und wissen, mit meinen Stärken und Grenzen will ich dich mir schenken und will von dir beschenkt werden, aber ich erwarte, dass von Gott mit dir zusammen und nicht von dir, dann kann es funktionieren. Alles andere kann uns komplett überfordern. Es fängt in Beziehungen an und es ist ganz schwer, wenn man das nie erlebt hat, wenn man nur dysfunktionale Beziehungen kennt, nur fordernde Beziehungen kennt, nur Beziehungen, die schief gehen, nur Beziehungen, wo einer den anderen ausbeutet und so weiter, wo ein komisches Gefälle drin ist, das ist dann richtig, richtig schwer. Aber Gott kann das verändern. Da kann Frieden reinkommen. In Beziehungen, in Ehen, in Partnerschaften, und weit darüber hinaus. In Gemeinden können da Orte sein, wo etwas passiert, wo etwas heile wird, wo gebrochene Menschen Frieden finden von Gott und exemplarisch etwas leben, was ein Licht ist für diese Zeit. Deswegen bin ich so ein Gemeindefan, deswegen war ich gerne Gemeindepastor. Weil dort kannst du etwas einüben, wenn es gut funktioniert, was hinaus scheint in diese Welt. Weil Gott ein Interesse daran hat. weil das Reich Gottes eben schon angebrochen ist. Weil Gerechtigkeit und Gerechtigkeit heißt nichts anderes, als dass jeder gleich vor Gott steht. Gerechtigkeit heißt nicht, dass wir das Gleiche kriegen. Gerechtigkeit wird auch übersetzt mit Fairness oder Partizipation und Gerechtigkeit geistlich heißt, ich stehe genauso vor Gott wie du. Und das macht uns gerecht vor Gott. Und Gott ist gerecht, wie er mit uns umgeht. Wenn das funktioniert, dann können wir Frieden finden. mit dem Nächsten, weil ich Frieden mit mir selbst gefunden habe, aber eben letztlich sogar mit meinem Feind, weil ich erkenne, dass auch in seinem Herzen ähnliche Motive sind. Eine der beeindruckendsten Erfahrungen in diesem vergangenen Jahr für mich war ein Friedensgebet, bei dem ich teilnehmen durfte und das wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine stattgefunden hat. Da waren Leute aus 24 Nationen beieinander, 150 Leute waren per Zoom zusammengeschaltet und haben gebetet. Und unter anderem war bei diesem Friedensgebet mit dabei Pavel Vladikin, ein Baptist aus der Ukraine, den ich 2014 kennengelernt habe bei einem Besuch in Kiew. Der war zwischendurch Minister und der Pavel Vladikin stand wenige Tage nach Kriegsausbruch auf dem Maidan in der Ukraine und betete für die russischen Mütter, die jetzt ihre Söhne in den Krieg schicken müssen. Also der Ukrainer betete für die russischen Mütter, die jetzt ihre Söhne in den Krieg schicken müssen. Und dann schwenkte der Zoom nach Moskau und in Moskau saß Vitaly Vlasenko, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Russland und bevor der gebetet hat, hat er gesagt, ich entschuldige mich als Russe bei euch Ukrainern für das Unrecht, was wir euch jetzt tun. Und hat dann ein Vergebungsgebet gebetet. Und ich saß da, ich habe geheult vor meinem Computer. Das fing schon an bei dem Ukrainer, der dieses Herz hatte, nicht nur für sein Volk zu beten, sondern die Mütter der anderen Soldaten zu sehen, die jetzt vielleicht das Leben lassen müssen. Und dann ging es weiter bis zu dem Vitaly, der dieses Schuldbekenntnis formuliert hat. Der Vitaly hat dann das Ganze als Brief aufgesetzt, als offenen Brief, hat den veröffentlicht in russischen Zeitschriften, international, wir haben es als evangelische Allianz in Deutschland nachgedruckt. Und das hat Kreise gezogen. Das habe ich Vitaly vor kurzem, vor zwei Wochen in Berlin getroffen, bei einer internationalen Konferenz. Wir kennen uns lange, haben uns jetzt aber lange nicht gesehen. Zum ersten Mal seit diesem Gebet sind wir uns jetzt live begegnet. Und sie sagt, Vitaly, wie war das? Was hat das ausgelöst? Sie sagt, sofort am nächsten Tag Besuch gekriegt vom KGB. Ja, also, und jetzt haben die uns erstmal in Ruhe gelassen, aber eigentlich wissen wir, wenn nicht alle Kräfte sich mehr auf den Ukraine-Krieg ziehen, dann wissen wir nicht, was das für Konsequenzen haben kann. Im Moment darf ich sogar reisen, darf sogar nach Berlin, aber ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es nicht. Und was für ein Mut aber, für diesen Bruder aus Russland zu sagen, ich mache das, weil mit dem Bekenntnis der Schuld kann entstehen, dass er eine Brücke baut in die Zukunft. Und mit dem Gebet des Ukrainers kann entstehen, dass da eine Brücke gebaut wird in die Zukunft. Ich habe im Februar den neuen Beauftragten der Bundesregierung für internationale Religionsfreiheit getroffen. Frank Schwabe, SPD-Mann, ein sehr, sehr engagierter Menschenrechtspolitiker. Ich kenne ihn seit vielen Jahren aus dem Menschenrechtsausschuss, aber nicht besonders religiös unterwegs. Der ist jetzt Sprecher für Religionsfreiheit, ist ein bisschen erstaunlich gewesen, dass er das geworden ist. Auf jeden Fall ist er das geworden. Und wir trafen uns also wenige Wochen nach Kriegsbeginn und ich sprach mit ihm und er hat auch Fragen gestellt zum Thema Religion und Christsein und dann habe ich ihn gefragt und in dieser Zeit, wo sind Ihnen da jetzt Kirchen besonders begegnet? Er sagt, die sind mir gerade ganz intensiv begegnet. Und ich als Nichtgläubiger, sagte er dann, bin völlig faszinierend, dass Sie mit den Friedensgebeten Sprache finden für etwas, was der Rest der Gesellschaft nicht kann. Da habe ich ganz aufmerksam und sagte, was meinen Sie denn genau? Er hat Friedensgebete erlebt, da gab es Bußgebete, da gab es Hoffnung, da gab es Leute, die sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland miteinander gebetet haben. Er sagt, im Rest der Gesellschaft erlebt er nur Verhärtung, die Fronten werden immer härter. Sondern da hat er plötzlich erlebt, da entstehen Brücken. Ein Mann, der nicht viel mit Glaube und Kirche im Hut hat, sagt, ich bin beeindruckt von dem, was ich bei den Christen gesehen habe. Die finden eine Sprache, die wir als Nichtchristen nicht haben. Ist das nicht ein Mutmacher, von unserem Gott zu reden? Ist das nicht ein Mutmacher, diesem Gott zuzutrauen, dass es etwas bedeutet? Ist das nicht ein Mutmacher, zu sagen, jawohl, weil ich Frieden gefunden habe, werde ich das Reich Gottes weiter ausbreiten, weil es sich lohnt, weil es gut ist, weil es für alle etwas bringt? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Da, wo Gott anwesend ist, da, wo der Heilige Geist uns Jesus groß macht, da stehen wir gleichberechtigt vor Gott und das bringt Frieden in die Gesellschaft. Sehnsucht nach Frieden? Ja. Sehnsucht nach Frieden heißt aber auch zuzugeben, da geht ein ganz großer Graben durch diese Welt und nur Gott kann ihn überbrücken. Dann finde ich Versöhnung mit ihm, mit mir, mit dir und im besten Fall sogar Nationen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020